Hm. Das wird heute getestet. Lucy, möchtest du ein Bröckchen haben? Wollen wir das mal testen, ob das lecker ist. Guck mal da. Lucy, feines Bröckchen, da? Nee? Okay. Moritz? Moritz, komm mal her. Möchtest du ein Bröckchen haben? Okay, ich denke mal, er findet sie lecker. So Lucy, noch mal. Möchtest du ein Bröckchen haben? Hm, guck mal lecker. So lecker. Lecker. Okay Lucy, jetzt nehmen wir mal die Lungenchips. Möchtest du ein Chip? Guck mal. Hm, fein. Komm, probier mal. Pippi. Möchtest du ein Lungenchips haben? Möchtest du ein Lungenchips haben? Du bist echt ein Allesfresser, ne? Möchtest du, guck mal hier. Einen ganz kleinen. Da, guck mal da. Probier doch mal, Möchtest du? Was ist lecker? Möchtest du, which is lecker? Möchtest du lecker? Vielen Dank.